Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal und ihr heilt jetzt mal wieder ein Baron 1 gegen 1 Ich hatte mal wieder Bock drauf auf ein bisschen 1 gegen 1 und ähm gehen auch gleich in die erste Runde und ähm ich war gerade so auf T-Mode und hab mir so gedacht warum nicht, hab grad eh nichts zu tun und auf andere Spielmodi hatte ich grad nicht so Bock und da dachten wir einfach können wir mal ein bisschen auf T-Mode 1 gegen 1 ähm, wird er mich jetzt bitte getroffen ähm, bisschen 1 gegen 1 machen und ja alles klar so was ich überhaupt finde, dummes Kit hier gerade ich kann den überhaupt nicht treffen weil der schubst nicht die ganze Zeit zurück so das ist unmöglich, weil der trifft mich einfach die ganze Zeit aber vielleicht haben wir noch mit dem Schwert eine, oh der noch 2,5 ja, einem war auf jeden Fall dummes Kit und ähm ich wollte eigentlich Kurski aufnehmen aber da hatte ich dann jetzt auch gerade nicht so Bock drauf und ähm dann dachte ich mir einfach einziger 1 schadet eigentlich nie und warum nicht oh lol ich hab hinter mir das gehört oder über mir da ist er ok da ist er ok nice so ok der fällt runter das heißt ich kann boah es ist auch so ein dummes Kit und der fällt nie Lava GG ähm ich mag so die Kids eigentlich warum kann man nicht einfach ganz malen Kids mit schwerer machen aber Bogen ist jetzt auch nicht ja wir haben schon gewonnen äh GG und gleich in den nächsten Kampf ok alles klar so ähm ok und genau ich wollte halt auch Kurski spielen aber der hatte jetzt auch nicht so ultra Bock drauf und ähm ich wollte dann eigentlich auch Jump League spielen aber da sind die Server mal wieder down oder der ganze Server geht nicht da kann man nicht drauf joinen und irgendwie leckt es gerade ein bisschen GG ähm und was anderes ist mir ja ehrlich gesagt auch nicht eingefallen und deswegen dachte ich mir einfach ein paar Runden reinzugehen anschauen ok nächster Kampf ok ok der hat sich hergeportet ok den haben wir schon mal gut mit der mit dem Heilungsrang gerade getroffen ok 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 ich nehme auch nochmal einen Goldapfel alles klar so los alles klar boah ich bin bei solchen Kämpfen immer so richtig angespannt da kann ich überhaupt nicht richtig reden das ist richtig doof ok alles klar ja der hat jetzt ein Goldapfel noch gegessen das ist natürlich Nachteil aber ach das ist ja wirklich ein Pfeil ist ein ganzer Goldapfel weg und ich stelle mich gerade an mit einem Bogen aber irgendwie ja ich sollte noch mal ein Essen bevor uns der jetzt wieder angreift hier nein nein das ist knapp ich kann Leute ich kann bei solchen Kämpfen nie wirklich reden also so dummen Kids halt da kann man überhaupt nicht ähm richtig irgendwie ja egal ok was ist das jetzt hier für ein richtig doofes Kid gar nicht so viele oh Gott der portet sich schon direkt zu mir oh nein der hat sich äh ganz gut eigentlich mit seinem Doppelsprung einmal aus der Situation befreit ok kommen wir hier hoch ja kommen wir ok wo geht denn er jetzt hin ah er geht hier hin das heißt ok da vorne man hat doch keinen Schaden das ist schon mal ganz schnieke ok ich wollte mich mal da vorne hin wo er gerade ist ungefähr da so und ich springe einfach über ihn ach bleib doch einfach bei mir ich mach dir doch gar nichts außer dass ich dich vielleicht umbringe fast noch fast ähm ich hab auch schon richtig äh richtige Scheiße aber und bekomme ich ihn na das gibt's doch nicht dass er die ganze Zeit so richtig schwul abhaut Mann wo ist er denn jetzt wo ist er denn jetzt Leute ich hasse solche Kids so dermaßen und ich muss dir noch was erzählen ich hatte heute schon wirklich 6 richtig gute 1 gegen 1 Aufnahmen deswegen rede ich jetzt auch ein bisschen wildes Zeug daher ähm ach da oben ist er alles klar warum hängt er da so schwul oh wir haben ihn noch gekriegt und ich würde sagen wir machen noch einen Kampf und ich hatte wirklich 6 richtig gute 1 gegen 1 Aufnahmen wo ich auch kein Bildes zurückgelabert hab und ähm auch relativ gut war ähm einmal oder ja bei bei zweimal ne sogar bei dreimal ähm war mein Bildformat nicht rechteckig sondern viereckig das heißt dass irgendwas mit meiner Aufnahme komplett falsch gelaufen ist beim zweiten Mal hat mich ein Kumpel auf Skype angerufen und ja also ich hatte heute schon echt gute Aufnahmen zusammen aber warum konnte ich gerade meinen Empfeilungsbosch nicht setzen hä schon wieder nicht aber irgendwie ähm ja gg ähm irgendwie hat es überhaupt nicht geklappt heute war nicht so mein Tag aber jetzt haben wir doch noch eine einigermaßen gute Aufnahme zustande bekommen und ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen auch wenn ich so wäre es zurückgelabert habe und wir sehen uns dann im nächsten Video Leute tschüss und teams will ich schon wieder an was mach ich denn wir hören uns wir hören uns wir hören uns wir hören uns Leute bis dann und haut rein tschüss 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 Vielen Dank.